Ich gehe jetzt ins Wasser. Eins, zwei, drei. Ich möchte auch ins Wasser. Jetzt gehe ich in den Schwimmreifen. Ah, ist das schön. Soll ich dich ein bisschen anschieben? Nein, ich möchte nicht mehr. Schieb mich bitte nicht mehr an. Cool, dann kann ich ja jetzt in den Schwimmreifen. Das kannst du meine Wege gerne machen. Oh Gott, ist das schwackelig und schön. Mama oder Papa, könnt ihr auch mal ins Wasser kommen? Ja, ich wollte eh noch mit Emma ins Wasser. Dann komme ich jetzt mal ein. Jippie, super. So Emma, jetzt nehme ich dich mal. Wir gehen jetzt ins Wasser. Ach, ähm, könntest du bitte den Reifen Emma geben, weil die kann ja noch nicht schwimmen. Ja, ich mache es für immer, Emma. Ah, mein Schatz, danke schön. Bitte. So Emma, jetzt kannst du hier ein bisschen schwimmen. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus. Hey, guck mal, die Kinder schlafen. Ja, ich spring jetzt ins Wasser machen. Nicht mich wach machen, Papa. Achtung, Mama kommt auch noch. So, wer möchte etwas essen? Ich. Dann kommt alle mit. Ach, schön gemütlich. Achtung, ich packe jetzt gleich den Tintenfisch ins Wasser. Ja, okay. Ich mache das. Ah, warum ist der Tintenfisch? Mama, das sind Tintenfische im Wasser. Hey, habt ihr das gemacht, Josefine? Ja. Boah, ihr seid so lustig. Boah, ihr seid so lustig? ships ins Wasser. Ja. Oder?